Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 6. So, hier nur kurz gezeigt, die Installation von KiCat 6.0 unter Linux. Seit 25. Dezember ist KiCat 6 als Stable-Version released. Bitte auch an dieser Stelle hier nochmal der Hinweis, hier oben kann man mal was spenden. Es geht hier auch ganz bequem über PayPal, entsprechend hier in Euro. Es geht um die Weiterentwicklung von KiCat für zukünftige Versionen und KiCat-Entwickler müssen auch was essen. Die leben auch nicht von Luft und Liebe und da ich der Meinung bin, dass Geiz nicht immer geil ist, wie das in der Werbung manchmal so rübergebracht wird, bitte hier vielleicht mal in sich gehen und da eine kleine Summe rüberwachsen lassen. Nicht immer nur alles kostenlos mitnehmen. So, gehen wir hier in die Installation rein. Wir haben jetzt hier unsere Installation. In dem Fall kann ich jetzt hier verschiedene Linux-Versionen auswählen. Ich nehme hier Linux Mint. Und dann haben wir hier ganz bequem unsere Befehle, die wir ausführen müssen. Ich öffne dazu mal hier eine Konsole. Das machen wir gleich auf der Konsole. Ich lasse die hier im Vordergrund. Gehe mal hier ein bisschen mit der Schriftart größer. Na, komm her, machen wir das noch ein bisschen kleiner, dass hier nicht alles verdeckt ist. So, jawohl. Und dann geben wir hier ein sudo add add minus repository minus minus yes. So, und ich kopiere mir das jetzt hier. Geht, dann könnt ihr auch den ganzen Befehl kopieren. Das geht genauso. Beide Versionen mal hier gezeigt. Einfach hier rein. Rechtsklick einfügen. Enter. Das hochgeheime Passwort eingeben. Und dann sollte das hier funktionieren, wenn man es denn auch richtig eingibt. So, kaum macht man es richtig, schon geht es. So, als nächstes ein sudo update vielmehr. Und wir wollen einfügen. Paketlisten aktualisieren. Jetzt sind die Pakete aktuell. Und wir können KeyCat installieren. So, und jetzt gibt es hier zwei Varianten. Und zwar gibt es hier einmal die Installation mit allen empfohlenen Komponenten. Da sind die ganzen Footprints dabei. Die Footprints, die Bibliotheken und so weiter sind dann roundabout 6 GB, die hier auf die Platte geschmissen werden. Die Alternative ist hier unten die Installation ohne diese ganzen Footprints. Einfach aus dem Grund, ich kann dann hier meine Footprints selbst wählen und installieren und entsprechend verknüpfen. Man kann sie aber auch nachträglich dann deinstallieren. Ich mache das jetzt einmal für die Einsteiger hier. Die nutzen also die Variante. Wer weiß, was er tut als Fortgeschrittener, macht das hier unten. Ich nehme jetzt mal diese Variante hier oben und führe das mal aus. Jetzt wird das alles hier installiert. Natürlich wollen wir das installieren. Und der Download beginnt. Anschließend, wenn das dann durchgelaufen ist, könnte man jetzt hier noch die Demos installieren. Mit diesem Befehl. Die Demo-Dateien spare ich mir an dieser Stelle. Und wenn die Installation dann hier durchgelaufen ist, melde ich mich gleich wieder. So, Installation ist durchgelaufen. Ich habe hier mal die Synaptic-Paketverwaltung aufgemacht, um euch zu zeigen, was da so alles installiert wurde. Mit STRG F hier einfach mal nach KeyCat suchen. Und da sind wir. Wir sehen hier, die Demos werden interessanterweise doch mit installiert bei den empfohlenen Installationseinstellungen. Das schmeißen wir natürlich raus. Und was hier ganz wichtig ist, wir wollen natürlich hier die deutsche Hilfe mal mit dabei haben, damit wir uns hier nicht die Augen brechen müssen, wenn wir da bei Englisch reinschauen. Und hier seht ihr jetzt, sind auch die Footprint-Pakete, die Libraries, 3D-Symbole und so weiter, 3D-Packages mit installiert. Das kann man dann hier an dieser Stelle später mal zum späteren Zeitpunkt auch deinstallieren. Wenn wir das dann über GitHub einbinden werden, wie ich das dann im Verlauf des Tutorials zeigen werde, dann kann man das hier die Pakete wieder deinstallieren. Zu finden sind die unter Slash-USR, also Unix-System-Ressources-Slash und dann in der Ordnerstruktur dort unten mal weiterschauen. Da kommt man dann auch in diese Libraries rein, wenn man da mal in dieses Verzeichnis hinein müsste, warum auch immer. Das geht dann allerdings nur unter root-rechten. Die Dateien sind da entsprechend, die Dateiatribute sind da entsprechend gesetzt. So, wenn wir das hier eingestellt haben, dann gehen wir mal auf Anwenden, also Demo-Pakete weg und Deutsche Hilfe rein. Und jetzt installiert ihr den ganzen Spaß. Dauert einen kleinen Moment. So, wenn man das dann durch ist, können wir hier wieder schließen. Und wir finden dann hier unter Linux Mint KI Capped dann das Programm mit den Einzelkomponenten Kiket, beziehungsweise ich habe mir hier schon mal eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt. Doppelklick drauf. Es kann jetzt passieren, dadurch, dass ich meinen Rechner komplett neu installiert habe, taucht jetzt dieses Fenster nicht auf. Wer jetzt noch eine alte oder vorher eine Installation von Kiket 5.1 hatte, auf seinem Rechner oder hat, der wird jetzt wahrscheinlich noch gefragt werden in einem kleinen Abfragefenster, ob er die Einstellung aus Kiket 5, also aus der vorherigen Version, übernehmen möchte. Das kann man tun. Wer weiß, was er zu tun hat oder wer schon fortgeschritten ist, kann das machen. Wer jetzt da noch keine Erfahrung hat, sollte diese Einstellung nicht übernehmen und mit den Standardeinstellungen starten. Ich habe jetzt hier natürlich zwangsläufig die Standardeinstellungen, da ich wie gesagt meinen Rechner hier mal komplett neu installiert habe. Das war mal nötig. So, dann sind wir hier auf dieser Oberfläche im Anschluss und wir sehen dann also hier unsere Einzelkomponente, der Startbildschirm, hier Projektdateien. Ich habe hier schon mal probehalber was eingeladen und da geht es dann im nächsten Tutorial weiter. Okay.